7.33 Uhr, der 16.04.2019, da könnt ihr es wieder sehen, fies ist der Brandgeruch, unsere blaue Wasserdampfwolke, tja, alles ein bisschen vor den Arsch, bin drüben Rochers Rochers gewesen, auch da haben wir Brandgeruch, das ist alles ein bisschen vor den Arsch, gestern waren die Servicetechniker wieder da, bringt aber nichts.